Anfang Ende und Anfang Part Ende Alpha und Omega Ich wusste gar nicht, dass du Grieche bist Okay, dann macht keinen Sinn Ja Da hinten ist so ein Dungeon im Wasser Was hältst du davon? Ich dachte du wolltest was festladen oder dich in den Dungeon? Ich nehm mal so ein Bett mit Ja, das wär ganz gut Und so ein... Hä? Und die Kisten, ich mag Kisten Was ist bei dir gerade? Nein, keine Kiste, nein gerade Ah lustig, nimm mal einen Stick in die Hand und klick einen Block an Ein Stick? Ich hab keinen Und was genau soll's bringen? Und klick damit auf einen Block Gleich so links Hm, was? Hm, warum? Da kriegst du Metadaten davon Das macht so wenig Sinn Ja, das ist der Stick Der Magic Stick Hier, ich schenk dir was Was ist denn die Axt? Jaaaa Da schieß ich nett Ich hab da noch eine Ah, ich verstehe richtig falsch verstanden zu Ja, abbauen, was soll ich mit abbauen sonst meinen? Ein anderes Wort hab ich verstanden Hä? Ich hab aber kein anderes Wort gesagt Nichtsdestotrotz Nichtsdestotrotz hab ich ein anderes verstanden Nein, ich kann es nicht essen, es ist unter mir Wer sollst es essen? Es erinnert mich irgendwie an Fliegen soll auch für mir auf den Sack zu gehen Stonewix Fliege Hä? Ich brauche Luft Oh, Kuchen, Kuchen, das ist ja geil Hm, dieser Dungeon Oh ja, Kuchen, geil, Kuchen Oh ja Oh Ich kenn diesen Mod Wie heißt der? Hä? Mod? Ja, der Mod, der diesen Dungeon macht Das ist ne Kiste Meine Kiste Oh Gott CD ist für dich Ich lass sie dir einfach da drin Ja, ich liebe CD Ah, Zombie Kack, verdammt Was? Ein Zombie? Nein, vier Zombies Wie fair? Zu viele Spawner Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich ihn gleich wieder krieg Wen? Wo bist du? Den Enchantment Table Ernsthaft, man kann ihn mit der Holzspitzhacke abbauen? What the fuck? Nein Scheiße, Scheiße, Scheiße Das hätt ich nicht erwartet dafür, was das der Ding ist Äh, wo lang bist du gefahren? Kuchen gegessen Der Südosten Ich bin da, wo das Wasser so ausschaut, als wär's aus Naja, nicht so wie es sich gehört Viel zu viele Zombies Hilf mir doch Na gut, du bist nicht da, aber trotzdem Hilf mir gefährlichst Ja, ich kann ja zaubern Vier Zombies sind noch übrig Und das, obwohl ich schon vier getötet hab Was soll denn das? Warte mal Lol Ja, kein Ende Stört dich ja nicht, wenn ich den Kuchen aufesse, oder? Du kannst ihn nicht mitnehmen, weil er da liegt Na gut Oh, Creeper, hi, wie geht's? Nicht explodieren Äh, haben wir Creeper-Explosionen an, oder aus? Auch, Scheiße, was ist das? Kannst du ja mal austesten Ah, hab ihn leider voller Skill umgebracht So, dass er's gar nicht erst geschafft hat Nein, 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 nein Nein, halbes Herz Halbes Herz Wo bist denn du reingegangen? Da, wo ein Loch in der Decke ist, verdammt Ah, ich verstehe, du hast ja also deinen eigenen Eingang gegraben Ja, gab's da noch mehr Äh, theoretisch müsste es einen offiziellen geben Ich bin jetzt irgendwo da, wo ich nicht angegriffen werde Direkt neben meinem Loch Warte mal, hab ich Glowstone? Ich hab Redstone-Lampen Mist, die leuchten nicht in der Hand Blöd, sowas Ich hab Pumpkin-Laternen, die müssten in der Hand leuchten Ich werd jetzt dazu gezwungen, vor allem das Fleisch zu essen Kann man die eigentlich auch anziehen? Gut, es ist kein Platz mehr, theoretisch Also, von dem her macht keinen Sinn, dass man die anziehen kann Oh, ich seh dich Echt? Oh Gott, dann Mach mal die Decke auf Über mir Ja, wer nett Ja Ja Oh Gott, das ist Wasser, Scheiße Ich werd geflutet, hilf mir Das ist irgendwie logisch, dass du geflutet, weil das stört dich ja nicht, wenn die Klosternsabbau Ja, dann wird's finster Wie heißt das so schee? Es wird Schokolade dumper, es wird Schokolade nacht Wird mich verarschen Nein Nein, ich sing gern bayerisch Nein, Scherz natürlich nicht Broken Relic of Mjolnir Das klingt interessant und stark und cool Ein gebrochenes Relic of Danmurda Du brauchst uns zu hammer, 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 na egal, auf Tor To not ride Okay, ich soll nicht rechtsklicken Warte, da steht der Electric Magic Tools, oder? Das Ding gehört auf jeden Fall zu Tor So ein Hammer, so ein Hammer Der steht da, Electric Magic Tools Electric wo? Elektro Magic Tools, ja Ja, also Sag mir, was er macht Und lass mir was gucken Er ist relativ stark, halt die Damage, die er da stehen hat Und wenn du rechtsklick machst, dann tut es, dann kommen zwei Dinger runter und eins direkt auf dich Oh, was ist denn das für eine Hacke? Ich hab glaub ich meine Hau grad fallen lassen Ja, hast du denn, du bist ein Zombie Ja, hilf mir, ich hab nur zwei Herzen Ja, ich hab nur ne Faust, oder den Kürbis, den ich grad gegen die Zombie haue Ne, warte Wunderbar Hast du ne Eisenspitze, oder irgendwas womit du das hier abbauen kannst, das Gold? Reicht Stein? Stein reicht nicht Oh, dann mach ich's nicht Wo soll ich denn Eisen herkriegen? Also ich hätte sogar Kupferbarren Das würde auch gehen, aus drei Grad eine Spitzecke machen Hab nur meine Workbench nicht mehr Starting Schedule Server Backup, ach cool, hast du den jetzt doch, den Mod Er ist sogar im Singleplayer drauf Uh Spannend Hilf mir, er tötet mich Tut mir sehr leid, aber Unter mir ist ein Glowstone Block und Stockwerkwechsel Ey Und hier ist Kohle, Kohle kann man Ah, scheiße, was machen die hier? Nein, 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 nicht Oh, das war halt noch Scheiße Mal gucken, ob's jetzt auch so geht Nein, der hat mich gekickt, obwohl ich da oben stehe Ey du Naja, meinetwegen, Waffe Nichtsdestotrotz ist das meine Verdammt, ich dachte du bist hier, teleportier dich hierher Bring da raus und bring diese Viecher um, ich hab nur ein halbes Herz Was? Das schaff ich nicht Das schaff ich nicht, das schaff ich niemals Wie soll ich denn das überleben? Zu viel Knockback hat man, okay, hat mein Schwert anscheinend doch Ich sammle nicht mal Mette Oh nein, Fledermaus, sagt mir, dass die kein Damage macht Oh Gott, du bist aber nett, dankeschön Und die macht kein Damage Oh Gott, du fragst, normale Fledermaus nicht Ich hab ein halbes Herz, genug was zu essen Ist ja ein Liebesmob Schenk dir irgendwas, was willst du haben Ich hab gar nichts zu essen Willst du verrattest du das Fleisch essen? Das hab ich selbst, das mach ich jetzt am besten auch Hm, om, 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 om Ich hab grad keine Spitzhacke mehr, weil die Holz kaputt geht Hallo! Hm, trifft sie uns nicht Hallo Fäden Oh, guck mal da unten Kohle, hm, om Oh, decker Hast du ein bisschen Leder irgendwo gefunden? Leder, Leder? Äh, nein Schade Ich hab Kohle, reicht dir das nicht? Nicht für meinen Plan Oh, das Threadstone, hast du heißen? Threadstone, nein, das ist ne Kiste Kupfer, 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 Kupfer Jetzt hast du auch so'n Borkenmöllen, ihr Ding Warte, ah! Ja, hab ich, ja damit Verdammtes, halbes Herz, wie soll ich denn? Warte, das Ding kann man benutzen Da steht Schaden dran Ja, trotzdem, oh scheiße Geh da rein und bring dieses Skelett um, ich schaff's nicht Ich bin verzeugt Ja, danke Hab ich dich weggesprengt? Oh, schade Ich glaub nicht Ich glaub nicht Ich hab deinen Plan ausgeführt Sag mal, du lebst schon noch, oder? Noch schon Ups, hab dich aus Versehen zu mir teleportiert Äh, dann wär mir ein bisschen aufgefallen Glaubst du nicht? Ey, war das schon wieder ein Creeper gewesen? Hab ich nicht mal gesehen Ich hab nur noch zwei Herz Mach was, mach was Ja, was denn? Level 14 Ich hab grad ein Herz Also ein halbes Nimm dir so'n Kuchen Ja, wenn ich einen finde Gib mir alles genug Ah! Wo bist denn du jetzt? Oh, du was? Nein, Skelett Nein, versuch's gar nicht erst Nicht schießen, nicht schießen Oh, hallo, was musst du denn? Wie ist es hier so dunkel? Weißt du, weißt du Das war ein Zombie, der mich zum Springen brachte Das läuft durch das Erschreckte, dass ich mal gesprungen bin Ja, etwas Was? Komm hierher! Renn hierher, wenn du nicht sterben willst Warum soll ich sterben? Na gut, dann renn hierher, wenn du denkst, dass du stirbst Kann ja sein Wer weiß Zumindest haben wir jetzt ne Rüstung Ah! Ich hab jetzt ne Safety Area eingerichtet Gut, dass ich Thor Summer hab Der hilft mir Es ist nur ein Teil von dir Mach mal Rechtsklick, wir wissen was passiert Äh... Bist du? Nicht bei dir Doch, was bist du? Oh, hallo! Das bist du im Kuchen Äh, lebst du noch? Schaut gut aus Das Problem ist halt, dieser Strahl trifft auch dich Deswegen hab ich Leben verloren Oh, hier steinkohle für dich Warum für mich? Ja, weil ich keine Spitzer gab Na gut, na gut Überredet Nimm mal so ein bisschen was mit Kommt nur eins raus wie ekelhaft Und hier ist ein... Falls du noch ne Charting Table brauchst, einer für dich Na, es reicht mir, wenn ich erst mal deinen mit benutzen Okay, das war grad dumm Ich dachte eigentlich, man kann das damit abbauen Womit und was? Mit der Faust Was ist das? Schau mal! Guck mal! Hm, was, was? Erfahrung? Oh, ein, ein Annehm, das hier Und ich hab das nochmal fahren, meine Wetter, oder? Ist ein CD, ist aber viel wichtiger Eisenbahn Okay Okay Nein, was tut es ist... Skelett Noch ein Hit und ich bin... Tja Wer zuerst schlägt, schlägt am besten Das stimmt nicht Natürlich Nein, tut's nicht Weg mit den Siegeln Ich kann immer selber craften So Kommt her, Bücherregale Ich nehm mich alle mit Das ist praktisch, jetzt haben wir schon mal Bücher Da, 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 da Ein Better Chests Upgrade Achja, das wird ja aufwendig hier Aufwendig Ich hab grad meinen Torhammer verzaubert Warte, wir können ja schon verzaubern Oh nein, ein Flugenschütze Ein Schütze, nicht von am Arsch Ein Schütz Gibt's hier noch ein Stockwerk nach unten? Oh, schaut gut aus Nein, schaut nicht gut aus, das ist ein Blaze Ähm, also für die erste Frage, ja, schaut gut aus Die zweite Frage, okay Vor allem Frage Ja, ist die auf Deutsch Lohre? Ne, Lohre? Ja, Lohre Lohre, genau Lohre, genau Lohre, ich gebe meine Lohnroute, du Lohn Naja, dann Ich will da nicht runter, ne Ja, dann bleib's halt erstmal oben, wenn du nicht runter willst Weißt du was, ich baue jetzt die ganzen Blöcke einfach hier hin Ja, sperren wir uns ein, das wollte ich auch Nein, ich will die Blöcke nicht da liegen lassen, bis sie verrecken Jetzt werden sie aber hingebaut, fähig Kann man das eigentlich herstellen? Wahrscheinlich kann man das Relikt sogar herstellen Da ist ein Kuchen, da ist ein Kuchen, komm her, du bist lecker Oh, okay Ah Ja, hallo Wann heißt du A? Ja, seit A Ah, okay, ist natürlich verständlich Seit A-Dur von E-Dur, na okay Ach, seit Adolf Hitler Scheiße Ich wollte grad einen Musikwitz machen, du hast es versaut Störst dich, wenn ich mich zu dir brauche? Oh, ich bin da, bin ich da, hallo, bin da Wo bist du eigentlich, na da Ja Ja, äh, das war das der jetzt für, für Abspackten Bist du einen auf Behinderten machen, oder wie? Wäre ich oder du? Ja, wer hat dir grad einen auf Behinderten gemacht? Ich nicht Ja, nee, gar nicht, gar nicht, oh Ende